Nachdenkseiten Die kritische Website Putin fordert aufständische Wagner-Kämpfer auf, ihr verbrecherisches Abenteuer zu beenden. Ein Bericht aus Moskau von Ulrich Haydn am 24. Juni 2023. Der monatelange Streit zwischen dem Chef der privaten Sicherheitsfirma Wagner und der russischen Militärführung hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Soldaten des Wagner-Bataillons unter Kommando des Unternehmers Yevgeny Prigoshin haben strategisch wichtige Punkte in der südrussischen Stadt Rostov am Don unter ihre Kontrolle gebracht. Nach Angaben des Telegram-Kanals von Prigoshin ist die Wagner-Truppe auf dem Weg nach Moskau, was von offiziellen russischen Stellen aber nicht bestätigt wird. Was mit dem Marsch auf Moskau genau erreicht werden soll, darüber äußert sich Prigoshin nicht. Im Gebiet Moskau und Voronezh gibt es verschärfte Sicherheitsbestimmungen. Viele Russen waren geschockt, als sie am Sonnabendmorgen die Nachrichten hörten. Der bekannte russische Radiojournalist und Fernsehmoderator Wladimir Solovyov erklärte, er sei bei den Wagner-Kämpfen in Saporischje, Solidar und Bakhmut gewesen. Die 25.000-Mann-starke Wagner-Gruppe, die sich nach der Einnahme der Stadt Bakhmut in ein Trainingslager zurückgezogen hat, würde an der Front gebraucht. Die Wagner-Leute würden auch gebraucht für einen Marsch nach Liv und Kiew. Aber wenn du siehst, was vor sich geht, denkst du, ist das ein Konlyov-Aufstand oder der Marsch von Mussolini auf Rom? Es könne nicht angehen, dass wir unser Land wegen Streit verschiedener Gruppen verlieren, erklärte Solovyov, der verzweifelt wirkte. Mit dem Konlyov-Aufstand spielte der Fernsehmoderator auf einen Putschversuch des russischen Generals Lord Konlyov an, der im Juli 1917 zum Ende des Ersten Weltkrieges einen Militärputsch organisierte, der sich gegen die damalige bürgerliche provisorische Regierung Russlands und die linken Arbeiter- und Soldatenräte richtete. Der Putsch fand damals in der russischen Bevölkerung keine Unterstützung. Konlyov wurde verhaftet. Im russischen Bürgerkrieg schlug sich Konlyov der weißen, antibolschewistischen Armee an. Er wurde im Kampf 1918 getötet. Was ist mit dem Marsch auf Moskau? Auf dem Telegram-Kanal von Prigoshin wurde heute mitgeteilt, dass sich die Wagner-Truppe von Süden kommend auf der Fernstraße M4 auf dem Weg nach Moskau befindet, die Stadt Boroschnev passiert hat und sich bereits im Lipetsky-Gebiet befindet. Eine Bestätigung für diese Behauptung von offizieller russischer Seite gibt es nicht. Ein Marsch auf Moskau ist eine abenteuerliche Sache und sollte es diesen Marsch tatsächlich geben, wird er wohl vom russischen Militär niedergeschlagen. Prigoshin genießt als Sieger von Bachmut zwar Ansehen in der russischen Bevölkerung. Aber es gibt keine Hinweise, dass ein militärisches Vorgehen gegen das russische Verteidigungsministerium in der russischen Bevölkerung auf Sympathie stößt. Auf dem Prigoshin-Kanal wurde ein Video gepostet, das im Schrifttext verlinkt ist, welches angeblich Wagner-Panzer auf dem Weg nach Moskau zeigt. Nach Darstellung des Prigoshin-Kanals habe die russische Luftwaffe ein Fahrzeug auf der Fernstraße bombardiert, angeblich um die Kolonne der Wagner-Truppen zu stoppen. Dieses Video ist ebenso verlinkt. Ein anderes verlinktes Wagner-Video zeigt angeblich die Beschießung eines russischen Kampfhubschraubers durch eine Wagner-Luftabwehr-Rakete. Erstaunlich ist, dass Prigoshin seine operativen Videos auf dem russischen Telegram-Kanal posten kann, wo diese Videos teilweise 3000 Likes bekommen, ohne dass die russischen Behörden einschreiten. Zuvor hatte die Gebietsverwaltung von Voronezh an die Bevölkerung appelliert, die Fernstraße M4 nicht zu benutzen, da dort eine Militärkolonne unterwegs sei. Möglicherweise handelt es sich dabei aber nicht um die Wagner-Kolonne, sondern um eine Kolonne des russischen Militärs. In Moskau, dem Moskauer Umland und dem Gebiet Voronezh wurden Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen einer antiterroristischen Operation eingeleitet. Im Rahmen eines solchen Sicherheitsregimes kann es zu verstärktem Einsatz von Sicherheitskräften, Ausweiskontrollen, Einschränkungen im Bereich der Telekommunikation und Verkehrsbeschränkungen kommen. Die Museen in Moskau blieben heute geöffnet. Hauptquartier der russischen Armee Rostov-am-Don blockiert Am Sonnabendmorgen brachte der Telegram-Kanal von Prigoshin Videos, auf denen zu sehen war, dass die Wagner-Truppe im Zentrum der südrussischen Stadt Rostov-am-Don Panzer auf den Straßen stationiert hat. Außerdem sah man ein Video, offenbar aufgenommen im Hauptquartier der russischen Armeen Rostov-am-Don, auf dem Prigoshin schwerbewaffnet zusammen mit dem stellvertretenden Leiter der russischen Militärabwehr, Generalleutnant Wladimir Alexeyev, und dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Yunus Bekom-Jevkurov auf einer Bank sitzt, geschützt von Wagner-Sicherheitsleuten. In dem verlinkten Video erklärt Prigoshin den beiden hohen russischen Militärs, man habe die Stadt Rostov blockiert und man werde bis nach Moskau ziehen. Man sieht, dass Prigoshin eine blutige Schramme auf der Backe hat. Es ist unklar, woher sie stammt. Am Freitagabend hatte Prigoshin die russische Militärführung beschuldigt, dass sie das Lager der Wagner-Truppen in Südrussland mit Raketen beschossen habe. Das russische Verteidigungsministerium widersprach der Darstellung von Prigoshin und erklärte, ukrainische Militärs hätten die Situation genutzt und das Gebiet in Bachmut beschossen. Für Russland ist der Aufstand der privaten Wagner-Truppe eine schwere Erschütterung. Es ist das erste Mal seit 1993, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen russischen Machtstrukturen kommt. Im Oktober 1993 hatte Boris Jelzin das Weiße Haus in Moskau mit Panzern beschießen lassen, weil sich dort sein Vizepräsident Alexander Rutzkoi aufhielt, der sich Jelzins Anordnungen und seiner marktradikalen Politik nicht unterwerfen wollte. Wladimir Putin. Man will Russland von innen untergraben. Am Sonnabendmorgen um 10 Uhr wandte sich Wladimir Putin in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung und die Aufständischen in Rostov. Das russische Original und die ins Deutsche übersetzte Rede Putins ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Er rief die Aufständischen um den Chef der Sicherheitsfirma Wagner, Yevgeny Prigoshin, auf, ihr verbrecherisches Abenteuer zu beenden. Gegen Russland kämpfe zurzeit die gesamte militärische, wirtschaftliche und Informationsmaschine des Westens. In diesem Kampf seien die Einheit aller Kräfte, Verantwortung und Konsolidierung erforderlich. Streitigkeiten, welche unsere äußeren Feinde nutzen können, um uns von innen zu untergraben, müsse man beiseite lassen. Der russische Präsident kündigte entschiedenes Handeln zur Stabilisierung der Situation in Rostov am Don an. Die Situation in der Stadt sei schwierig. Faktisch sei die Arbeit der zivilen und militärischen Verwaltung blockiert, erklärte der russische Präsident. Die Aufständischen seien Verräter. Der Kreml-Chef forderte die Wagner-Soldaten auf, sich an dem Verbrechen gegen die eigene Armee nicht zu beteiligen. Wagner-Truppe hatte bisher hohes Ansehen in der Bevölkerung. Die Wagner-Soldaten haben in Russland hohes Ansehen, weil sie in einem monatelangen Kampf die Stadt Bachmut eroberten und der ukrainischen Armee eine schwere Niederlage bereiteten. Dieser Erfolg wiegt viel angesichts dessen, dass die russischen Streitkräfte in den letzten Monaten an der ukrainischen Front nur noch kleine Geländegewinne erzielen konnten. Wladimir Putin erwähnte in seiner Ansprache heute, es seien Helden der Wagner-Truppe gewesen, die gemeinsam mit anderen russischen Einheiten die Städte Solidar, Adyomovsk und Dörfer im Donbass erobert hätten. Die Ehre dieser Helden werde verraten, von denen, die jetzt einen Aufstand organisiert haben. Die Frage ist, warum die russische Führung bis heute keinen anderen Weg gefunden hat, um mit Prigoshin ein Auskommen zu finden. Die russische Führung wirkt unentschlossen. Es ist, seitdem Putin Präsident Russlands ist, noch nie vorgekommen, dass ein Unternehmer, der eine Sicherheitsfirma leitet, das russische Verteidigungsministerium öffentlich und straflos in Videos der schlimmsten Verbrechen beschuldigen kann. Während des Kampfes um Bachmut hatte Prigoshin den russischen Verteidigungsminister und verschiedene Generäle als unfähig beschimpft. Sie trügen die Verantwortung für schleppende oder ausbleibende Munitionslieferungen, wodurch tausende Kämpfer der Wagner-Truppe getötet oder verletzt worden seien. Das russische Verteidigungsministerium hat auf diese Vorwürfe öffentlich nicht geantwortet. Putin zieht Parallele zur russischen Niederlage im Ersten Weltkrieg. Der russische Präsident zog in seiner heutigen Fernsehansprache auch eine Parallele zur Situation am Ende des Ersten Weltkrieges. 1917 habe Russland einen Schlag in den Rücken bekommen. Der Sieg sei Russland damals gestohlen worden. Intrigen, Hader, Biertischpolitik hinter dem Rücken der Armee und des Volkes führten zu großen Erschütterungen, der Zerstörung der Armee, dem Zerfall des Staates und dem Verlust von großem Territorium, so Putin. Man erinnert sich. In der Februarrevolution 1917 dankte der Zar ab. Wenige Monate später kam es zur Oktoberrevolution. Die russische Bevölkerung war kriegsmüde. Im Friedensvertrag von Prestlitovsk im März 1918 verzichtete Russland auf Lenins Anweisung hin auf ehemals russische Gebiete, zu denen damals die Ukraine, Estland und Lettland gehörten. Nach Meinung des Moskauer Linkssozialisten Boris Kagalitsky, der in Russland als ausländischer Agent gelistet ist, hat der Aufstand von Prigoshin keine Erfolgsaussichten. Die Wagner-Truppe könne wohl Moskau erreichen, aber sie habe keinen politischen Flügel und kein politisches Programm. Mussolini sei vor seinem Marsch auf Rom schon ein einflussreicher und erfahrener Politiker gewesen. Prigoshin sei ein Feldkommandeur mit krimineller Vergangenheit. Völlig unklar sei die Position von Prigoshin zum Ukraine-Konflikt, den Sanktionen und zur Wirtschaftspolitik. Während ich diese Zeilen schreibe, ist noch unklar, ob die Wagner-Truppe Moskau erreichen wird. Wahrscheinlich wird die Truppe vor Moskau vom russischen Militär gestoppt. Wir wissen bisher auch nicht, wer möglicherweise hinter Prigoshin steht. Möglicherweise fühlt sich der Wagner-Chef sehr stark, weil ein oder sogar mehrere russische Oligarchen ihn unterstützen. Für Wladimir Putin ist die Situation kritisch. Er hatte es bisher geschafft, alle politischen Kräfte in Russland auszutarieren und im Interesse der Nation zu vereinen. Der Konflikt zwischen Prigoshin und Putin deutet auf eine ernste, innere Krise Russlands hin. Viel wird davon abhängen, wie die russische Bevölkerung auf den Konflikt reagiert. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020